moin leute willkommen zu einem neuen video auf dem kanal raid kanagen heute wollte ich euch ein spiel vorstellen welches diesen monat kostenlos kaufen kann also bekommen kannst und da es ja viele nicht wissen wollte ich euch das alles mal vorstellen ja das spiel ist das ist jetzt für battle.net ich wollte ich alle halte vor weil es wird halt diesen monat kosten es ist im monat kostenlos und wenn jetzt diesen monat nicht abholt dann könnt ihr es nie wieder abholen deswegen wollte ich euch alles sagen bevor ihr es verpasst und euch das spiel immer mal kauft so ich hoffe es startet mal irgendwann mal ich mach mal hier einen kurzen cut jetzt hat sich das gestartet und ihr seht dass ich habe mir halt destiny 2 nicht gekauft sondern ich habe es halt geschenkt man kriegt dann halt hier so kostenlos geschenken aber nur ab diesen monat 19 monat wenn ihr es verpasst dann habt ihr es nie wieder wenn ihr euch das diesen monat abholt dann hat jetzt dann auch für immer also so habe ich das erklärt bekommen wenn ihr zum beispiel wenn ihr jetzt dann in destiny 2 wenn ich hier dann bist dann steht da hier kaufen das ist aber nicht hier sondern hier oben ist da so ein geschenksymbol draufklicken und dann annehmen wenn ihr das dann habt dann hat die sozusagen destiny 2 kostenlos bekommen aber ihr müsst das in diesem monat machen bevor es verschwindet so ich wollte jetzt das nur sagen hier könnt ihr halt das ganze programm ganz normal ja ok der browser ist jetzt gerade ein bisschen verpackt hier bei blizzard blizzard.com ja dann seht ihr es dann dann müsst ihr euch noch einmal anmelden hier einloggen so das mache ich mal schnell dann mache ich das über google hoffentlich müsst ihr euch dann hier anmelden und ihr müsst also man kann das jetzt nicht in der website auf der webseite hoch herunterladen man muss es den extra dafür den browser äh was sag ich ja das programm herunterladen vielleicht finde ich das jetzt genau das ist ein bisschen tricky hier battle.net app hier müsst ihr halt hier runterladen das werde ich auch jetzt das werde ich auch auf diesem video verlinken und ja also ich würde euch das alles empfehlen ich würde euch das empfehlen zu holen weil wir haben ja keine gute kostenlose spiele welches sehr beliebt sind und damit würde ich mich jetzt verabschieden ciao